ich möchte neben dir aufwachen ich möchte gar nicht mehr aufwachen bist du Angelina oder was? ich will selbst nicht deswegen hab ich ja gefragt, ob er Angelina ist ich versteh nur nicht, warum er selbst mit mir gehen würde ich weiß, was für ne Art von selbst oh, die Musik die macht uns irgendwann kirre du 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 das ist für ne Map uff sind wir gelandet in den verlorenen Wäldern warte kann ich hier aber machen? das ist doch Zelda, oder? ja werde ich hier irgendwo Allah finden ich hab Zelda nie gespielt ich auch echt nicht ihr seid neutral ihr seid ja direkt alle töten ist wirklich so Jeff hast du Zelda gespielt? Peter, da bist du nicht Zelda gespielt? also ich hab schon mal gespielt aber ich hatte es nicht das heißt ich hab es nicht durchgespielt falls ich sterbe dann bin ich im wald hier geht es ja übel scheiß waffen siehst du noch eine andere Waffe hier? ach du bist ins Bad hier kann man das sterben im Wasser? ja hier ist irgendwo dabei ist das ich keine Ahnung Mann, Alter ich glaub ich hier ist ein Traitor-Raum kann ja nicht öffnen hier ein Traitor-Raum? also wer hättest nicht Zelda gespielt? Jan? ich hab ich ich hab aber nicht die Möglichkeit dazu ach so dann ist ja alles okay na kauf dir nichts ist okay man kauf dir eine N64 Jan? ich hab so Bock mir den Nintendo Switch zu bauen Majora's Mask war so geil du kannst Ocarina of Time so ziemlich auf jeder Konsole wer hat gerade geschossen? ähm äh, rechts hä? von unten nein von unten von unten ach so du denkst du denkst du denkst du dich durch das schwarze da schießen doch klar kann man da durchschießen natürlich kann man schießen was hast du getan? man kann nur nicht durchsehen ich bin gerade runtergefallen weil ich gucken wollte nein nein ich bin nicht tot ja ich wollte gucken ob hier unten jemand weil irgendjemand hat mich komischerweise geschossen als ich am Eck stand ich hab auch 8,80 leben ich seh nirgends jemanden da ich bin gefallen also Hugo wir beiden sind inno wir wurden angeschossen ja gut ja genau alle wurden jetzt angeschossen ich wurde auch angeschossen ich bin ja auch hier ja warte Felix Felix ja das ist mir eine Waffe und wurde es angeschossen die beiden sind Traitor die beiden sind Traitor mann Felix ja die beiden sind ja die beiden sind ich hab'n du bist wie Tade er wollte ich hab'n ich hab'n ich hab'n du bist ich hab's verdient ich hab's verdient lol die haben sogar bis zum Waldtempel gebaut krass stellt euch vor alter 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 aber stellt euch mal vor hier hat jemand fly also ein jetpack wünschte ich könnt ihr merken auch auswendig dann wisst ihr wenigstens welcher Eingang richtig ist welcher nicht weil äh Angelina ist so'n so'n äh äh jünger jünger ich hab'n ich hab'n ich hab'n leitern gibt's hier gar nicht die normalerweise hier wären warte hier wär' wasser ja genau sogo nicht töten ich möchte mit dir zum tempel bitte ok wie soll ich dich töten weil ach doch es gab eine leiter ach krass ja ganz am ende da war ich voll stimmt ok gehen wir weiter zum tempel und da lernen wir dann sarias salias lied ja lied also also als als der da ja ja ich hab ok noch haben gespielt er ist in uns ich habe das sogar richtig oft gespielt ne jaja okarina wie auch gespielt das spiel hat mich inspiriert das heißt ok ich weiß es ist aber das war das war so mit johannes maß nein ich hab acht leben ja ja wer hat die besten springe drauf leider ist peter noch ganz peter jan hat wieder selbst ich habe jetzt ein leiche an bis die traitor robin ist ein später kollegen anguckt jetzt durch die brücke oma kann ich tue jetzt all deine füße an einer nordland hat jetzt noch einen anderen fuß nehmen und den hier deine hände hier fünf fäden sind jetzt an den kopf muss ich aber auch weg ja Ja, eigentlich... Robin, bist du tot. Ja, aber Robin, wie hast du meine Mining Marianne überwunden? Ja, ich hab die direkt in den Weg gelegt, also direkt am Eingang. Deswegen hab ich mich gewundert, warum du plötzlich hinten auf mich geschossen hast. Vor allem, dass du auf einmal nachgelassen hast und erst Hugo untersuchen wolltest. Ja, ich wusste nicht, dass du... Ich hab doch gesagt, er stand halt so komisch. Ja, aber ich wusste... Er stand halt so komisch und du warst nicht so komisch, you know? Ach, danke. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hab. Ich war grad zum Durchscrollen, den Traitor-Ding, was da gibt. Ja, ich hab direkt am Eingang, also nicht mitten im Weg, sondern direkt am Eingang die Mining Marianne gelegt und eigentlich, bist du drüber gejumpt oder was zur Hölle? Ich glaube, da ist es Robin. Ich weiß jetzt schon. Ich bin ja tot. Leute, frag mich bitte, ob ich tot bin. Ich dachte auch, dass ich safe bin. Keine Ahnung, ob du tot wirst. Felix? Bist du tot? Bist du tot? Dann ist da unten. Jan ist Felix tot? Bist Felix tot? Ich weiß es nicht. Felix ist Felix tot? Ja? Wollen die beiden Traitor mich jetzt von hinten erschießen? Ja, ja? Wollen sie? Ja, ja. Ja, ich glaub, sie sind ja. Ja, ja. Ja, ja, Jan, 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 Jan. Ich geh. Jan hat Erpes. Das ist eine Schildkröte, ne? Ja? Auf Ehre läuft einem die Schildkröte rein. Hugo, wie kannst du die Schildkröte sehen? Äh. Er sieht sie. Er steht die Wette vor. Wenn man so da rein geht und... Doch, doch, er sieht sie. Ah, okay. Ja, gut, dann vertraue ich dir... Ach, ehrenlos, dass sie nicht reinläuft. What? Warum ist das so? Nein, Leute, ich hab's gesagt, dass es Robin ist. Robin ist... Robin ist zu beleidig, ich hab's misplayed. Du kannst nur aufhören zu hinten. Hä? Schau mal, warum ist diese Scheiße? Es gibt einen Trader-Room. Ja, das nur Waffen will. Hä? Ich hab noch gar keinen Trader-Room gesehen. Wo ist denn der? Diese Scheiße. Genau da, wo ich gestorben ist. Nee, wo Robin gestorben ist. Hä? Jetzt war doch kein Trader-Room, da bin ich noch reingelaufen. Hä, echt jetzt? Hä? Wo denn? Ich konnte ja da mal eine Hand bewegen und erperrieren. Leute, kommt mal zu dem... Äh, zu mir einfach. Ich kann jetzt keinen genauen Ort sagen. Oh, nee, ich bin wieder so weit weg von euch. Ich bin da, wo Robin auch... Wir machen jetzt was, was im Originalspiel auch gemacht wurde. Komm mal zu mir, also wenn ihr mich findet. Ich bin so weit weg. Ich war da, wo Robin auch war. 6.000 Meter entfernt. Der ist mir egal. Kommt einfach so gut wie es geht. Ich will einlaufen. Ah, guck mal. Jan ist da. Perfekt. Jan? Wir zwei spielen jetzt. Und zwar im Originalspiel. Da war diese Scheibe da. Okay, genau das wollte ich machen. Warte. Ich geh in den Tempel rein. Nein, immer nur ein... Einer... Leute. Ich hab's gelernt. Ich hab... Das neue Lied gelernt. Echt? Saliasong? Oh mein Gott. No way. Okay, du hast gewonnen. Ähm, ja und du kriegst eine Packung Dekonüsse. Die sehen genauso aus im Originalspiel. Die sehen, ähm, ja. Ja, das sind Dekonüsse. Überraschung. Warum haben wir kein Jetpack in Traitor-Pack? Ich wusste nicht, ob die cool sind. Wir haben bis zuerst mal nicht reingemacht. Ich sag die Grappling-Hooks sind nice. Ja? Sind nicht obvious, Hugo? Ja, der ist obvious, aber das ist ja das Witzige. Oh. Oh. Ach. Hier ist der Traitor-Room, oder was meint ihr? Nein, keine Ahnung. Nein, nein, komm, komm mit. Ach, da drüben. Ja, da war ich noch gar nicht. Ja, ich bin da. Hä? Ja, aber hier war ich noch gar nicht, glaube ich. Ich glaube hier. Ja, das... Warte, ich komm... Oh Gott, das ist... Alter. Wo bist du, Jan? Ich bin jetzt beim Wasser. Ja, okay. Hier, der hier. Ja, aber den kann man doch gar nicht aufmachen, oder? Der ist doch safe, ein Traitor. Mach mal auf, bitte. Hä, ich hab da... Also, als ich vorhin Traitor war... Ich weiß gar nicht, wo ich vorbeigelaufen bin, aber ich meine jetzt... nichts gesehen zu haben. Erstmal... Hugo! Schmeiß da einfach ne fucking... Hugo! Hugo! Ah, nein, Jan, sorry. Hugo, Hugo ist es. Hugo! Die fucking Dinger werden mich töten. Tut mir leid, Jan. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Nein! Die Schülter werden mich töten. Tut mir leid. Tut mir leid. Jan, tut mir leid. Ich komm nicht weg. Nein, die Schülter werden mich töten. Felix, oder? Die Schülter werden mich töten. Felix? Was? Die Schülter werden mich töten. Ja, Felix ist es. Warum ich? Ja, weil einer ausgetimt ist. Ich hab, ich hab Robin ganz am Anfang von der Klippe geschoben. Ich fühl dich für Glück, hat mich fast gefühltet. Hä, aber es ist kein Theater Room, oder? Weiß ich nicht. War da ein E? Da war Felix drin. Was ist? Hä? Ihr wart doch... Du warst in den Theater Room. Hugo, du warst doch direkt davor mit uns. Ja, keine Ahnung, da war kein E. Also, aber ich darf es noch nicht machen. Weil Felix war da, glaube ich, drin. Nee, ich war da noch nicht drin. Guck mal, was hast du müssen. War da was drin, auf jeden Fall. Okay, ich... Ich gucke mir, ob wir jetzt Trader werden. Okay? Ich zähle nicht auf dein Kopf. Ich zähle nicht auf dein Bein. Okay, wenn ich Trader bin, schieße ich dein Bein ab. Mit der Pistel. Okay, ich zähle nicht auf. Oh, schade. Kade. Ich weiß, ich habe ihn mal in der Hand gesehen als Trader. Guck, guck, gern hast du aufgeregt. Ja, lass dir einfach ihn jetzt stuck bleiben. Wir kommen hier nie wieder raus. Ich schimpe, man... Wir kommen hier nie wieder raus, außer mit Jan. Jetzt habe ich ihn getötet, ich komme hier nicht mehr raus. Ich wollte... Ich wollte... Ich dachte, ich kann nicht mehr rauskönnen. Jani, mach einfach da rein. Ne... Friendship, komm. Was? Nein! Ja, könnte ich mir sogar leisten. Ich muss nur den Raum wiederfinden. Recht. Wir sind im Trader, wo wir eigentlich rauskommen sind. Ich bin getötet, damit wir nicht mehr rauskommen. Sehr gut. Sind die direkt dahinter? Ja, direkt dahinter. Da mache ich es dealvoller. Also! Doch! Hä? Nein! Ich sehe dich! Nein! Nein! Wir sehen dich entwürftig! Nein! 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 Ich sehe dich! Nein! Nein! Ich kann ihn defusen! Wenn wir sicher sind, hast du von... Ich kann sie defusen! Als ob! Easy! Echt? Kann sie defusen? Nein! Kann er nicht! Kann er nicht, nein! Aber ich glaube, bei genauer der Wand... Hugo, du schützt mich! Ich schärfe mich, dann schärfe ich nicht! Ich glaube, wir sind safe, weil sie hinter der Wand sind. Robert, 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 das ist ein Internet, das Clip! Nee, muss nicht sein. Wenn die direkt dahinter sind, kannst du auch sein. Smoken! Die Smoke wird uns schützen! Oh, ey, Robert, das ist ein Internet, das ist gut. Ich habe auch eine Smoke, ich habe auch eine Smoke. Ja, werf dich schnell! Ja, die wird euch so helfen, die Smoke. Wissen sicher. Ich sehe nichts. Bleibt, 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 Das sind wie zwei Wattewände. Ja, okay, okay. Ah, okay. Zwei Wattewände gegen C4. Ich schütze dich, ich schütze dich. Ich schütze mich. Ich will die sterben, es ist noch nicht so weit. Zwei Wattewände gegen... Du, die. Leute, bald passiert's. Counter, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier. Er schlagt, ich mit der Crobat. Drei, zwei, eins, null. Ich schütze dich, Felix. Einer. Ne, beide. Das war echt stiefvoll. Ja, schon. Leute, Leute, er räumt mir sein Internet. Ja, hab ich gehört. Das ist RIP. Ich weiß. Ich weiß. Er ist RIP. Er ist RIP. Er ist tot. Und das war schönes C4, also. Ich werde immer eingesperrt. Aber in der Trading Room kann man halt nichts machen. Ja, was ist denn das? Ich war da jetzt echt nicht drin. Denn das sind nur Waffen. Ich kann nicht mal reinlassen. Das sind echt nur Waffen. Ja, mach mal. Ich würde das einfach hier angetöten. Das ist so ein richtig kleiner Raum, oder was? Ja, komm einfach mal zum Raum, wer auch immer Trader das macht. Ja, ich muss den jetzt nochmal finden. Ich bin da. Ich glaube, hier und dann. Ah, ja, ich bin da. Ach so, da bist du. Ja, ich bin bei. Ich habe mir nur das getötet, scheiße. Gut, Job. Kommt ja nicht weiter. Und ihr wart beide ganz hinten, oder? Ne, wir waren beide hier ganz hinten. Und C4 dachte ich so, ne. Und ich stand so vor. Oh, süß. Hat er sich noch geduckt? Ja, er hat sich geduckt. Oh. Wer hat sich geduckt? Felix zum Blasen. Ja. Finde ich in Ordnung. Oh, da ist er. Der war schneller da, als ich dachte. Warte, ich möchte was kaufen. Nimm die G-Hard, Felix. Nein. Nimm die G-Hard. Nimm die G-Hard. Wo, wo, wo. Ah. Du hast auf meinem Radar halt einfach noch ewig weit weg. Ja, ich bin speedy gelaufen. Ich habe so Hexern gemacht. Ich wollte mir den Stungun und den dann auf den Bus kapeln lassen. Du willst den Stungun nehmen müssen, den Schilderraum aufmachen müssen, mich reinwerfen sollen und dann zumachen müssen. Kommt, Robin, generell nicht mehr? Keine Ahnung. Also wie sieht es aus mit Internet? Schreibt dir mal. Ich gucke, ich gucke noch was nach. Leute, wir müssen es wirklich machen. Jemanden Stungun und dann reinwerfen mit einem Magnetstick. Ich glaube, wenn du jemanden gestunnten kannst, kannst du nicht mit Magneten und nur Leichen. Echt? Ich weiß es nicht. Probier's aus. Ja, wie ist es? Ähm. Geh mal zum Raum. Ich bin beim Raum. Okay. Nicht jeder ist so schnell wie du. Ich bin fast. Ich glaube rechts, Jan. Irgendwo muss man zweimal rechts gehen. Nee, shit, hier nicht. Warte, dann hier rechts. Und dann hier nochmal rechts. Ah, ich hätte eine gute Idee, Leute. Ich glaube hier. Ja. Also wir sind am Raum, Jan und ich. Also guck mal. Leute. Ich... Nein, warte, mach doch nicht aus. Warte mal, lass uns wieder zumachen. Du musst mich erst dann und dann mit Magneto. Und jetzt... Jetzt Magneto, Magneto. Geht's nicht? Ich seh nix. Oh, ich guck. Kann man mich tragen? Okay, warte. Ich... Loll. Hä? Bin ich am... Loll. Hä? Hä? Du bist Bugs. Ja, ich bin richtig. Okay, warte, ich bin... Ja, jetzt, jetzt. Warte, chill, 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 chill. Warte, ich will ihn mit Newton lang reingwerfen. Ich will ihn mit Newton reingwerfen. Ah, äh. Ah. Ich hab ihn reingeschossen. Gezum. Also, äh. Robin, Briech, das ist krass. Ein Rose ist ein Rose. Rutter. Mach auf, mach auf. Ich hab... Ich hab ne Brille an. Ich entkomme. Hahaha. Nein. Tu dich. Nein. Ich glaube, es klappt nur mit einer Person. Newton Launcher macht Spaß. Oh, Leichen werden gar nicht gestunt. Nehm die Newton Launcher. Unnütze Leiche. Unnütze Leiche. Du? Unnütze Leiche. Hui. Ich spring vom Dach. Huiii. Es gibt hier Dächer. Nein. Ich dachte, das ist ein fucking Wald. Seit wann hat ein Wald Dächer? Von... Dings da. Boomstar. Ich hab acht Leben, aber ich werd gleich regeneriert. Ne, ne. Das Wald da altert man nicht. Das heißt, man regeneriert auch nicht. Oh. Also, es ist wirklich ein Wald, wo man nicht altert. Die Kokiris sind ewig jung. What the fuck? Warum schießt du mich ab? Ich bin auch Reno. Du. Schon auf der Nähe. Ja, es ist auch eigentlich nicht so, dass man eine halbe Stunde in dem Scheißwald verbringt. Also... Ist wirklich so. Nice Versteck, Jan. Nice Versteck. Hugo? Hallo. Du hast ne... Oh, süße Katze. Ja, ey. Jan. Nein, lass doch... Oh, Jan war's wirklich. Ich glaube. Ich will das. Nimm die Katze. Tu sie wenigstens einen Rhein-Sicherer ausbringen. Ja, schmeiß runter. Nein. Sie ist im Wald verloren. Sie wird hier nie wieder rauskommen. Sie ist tot. Klar kommt die nie wieder raus. Nur Leute mit Menschen überstraßen kommen hier raus. Patzenmenschen oder was? Verdammt. Hallo, bleib stehen. So, eigentlich ist hier in der Stelle, wo ich bin, ein Loch, aber... Jan, bleib stehen. Jan. Hallo, Jan. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Du darfst dich nicht bewegen. Ich darf mich auch nicht bewegen. Lass auf Fuß zielen. Nicht auf Kopf schießen. Nicht auf Kopf schießen. Bruder auf Fußbasis. Wenn du Träger bist, schießt auf mein Fuß. Bruder auf Fußpilzbasis. Ja, okay. Er ist es. Warte, war ich Traitor? Nö. Weiß er gar nicht mehr. Hier ist ein Loch. Ah, aber Felix. Hier ist echt ein Loch, wo man so reintauern kann. Geht nicht. Hä, hast du ein Loch gefunden? Ja, mit was? Wo man so reintauern kann? Lass mich, ich bin's nicht. Nein, iss, 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 komm iss. Okay, ey, lass mich essen. Okay, ich geh vorbei. Lass mich, iss, komm. Ich geh vorbei. Wo seid ihr? Geh essen. Leute. Essen. Ich muss ne weiter runterklettern. Okay, ich bin beim Traitor. Hast du ein Loch gefunden, oder was? Ich hab ein Loch mit Wasser gefunden. So reintauern. Achso, ja, das... Dann will ich auch mal kurz runter. Das witzige ist, die Tür, wo wir aufgemacht haben, da ist doch so ne Maus. Oh, so wie sie das armtab. Ne, was? Da steht oben die Weapons. Da steht oben die Weapons. Da steht oben die Weapons. Da steht oben die Weapons Cache. Also falls man keine Waffe finden, da ist das so ein Weapons Cache. Also ist gar kein Trader Room. Da steht oben die Weapons Cache. Ne, doch, du musst ja mit E öffnen. Da bist du, da bist du. So, jetzt. Wo? Äh, wo war das nochmal? Ich bin voll weit weggelogt. Äh, ich muss sehr wohl. Aber die kann man nicht aufheben. Scheiße. Oh, ich hab's gefunden. Ja, dann geht mir mehr erkunden. Bist du, also da, ah. Okay, ja, da kann man aber nicht rein. Oh, hast du Lüten-Auncher? Da, 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 da kann man halt unten, unten, so durch den Gang, guck. Wir haben näher, da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter, da liegt nur Jans Leiche drin. Weil wir laufen unter Wasser. Hm. Coco? Warte, mach mal. Ich will nicht ertrinken. Nein. Doch, das wird ertrinken gemeinsam. Okay. Ich wollte echt ne C4, ich will gucken, ob wir ne C4 mit Newton-Launcher wegwerfen können oder so. Oh, oder mit dem Poltergeist vielleicht. Ja, genau. Stimmt, das hab ich noch nie benannt. Also, wir haben das, wie es die Abend ist. Stimmt, warte, wir können mal ausprobieren. Ein Trader hat einen Poltergeist und der andere macht mal so ne Mining Marian oder C4 oder so. Oder Crowe, warte. Ich hab's nicht so gut geeignet zum Treffen. Ich hab' keine Ahnung, wo ich bin. Ich hab' mir dabei so ungefähr den Dreh raus, wo was ist. Ja. Meistens ist immer nach rechts gehen, in den rechten Raum rein. Und wenn das nicht geht, dann nochmal rechts. Und dann geht's. Hier links, die Trader. Nein? Ah, der war hinter uns. So, wo ist mein Trader-Kollege? Na, ich hab' schon mal umgebracht. Es gab schon nen Opfer. Ja, wo bist du? Äh, ich komm' gerade. Okay. Also, was willst du kaufen? Ich bin Newton-Leute. Okay. Äh, was kannst du dir sonst noch leisten? Äh, ich weiß. Warte, nur sie mit... Äh, ich hab' zwei Credits. Ja. Ja. Weil dann hole ich mir einmal C4 und einmal, ähm... Faltergeist. Oder? Faltergeist, ja. Ich kann mir gar... Ich kann mir keine Marianne kaufen. Schade. Also, probieren wir's mit C4. So. Also, ich hab's mal an den Boden geklebt. Ich kann's nicht wegschießen. Okay. Oh. Vielleicht hätten wir sie hinwerfen, soll ich auf... Warte. Warte. Mal erstmal hin. So. Geht nicht. Faltergeist. Faltergeist scheint was zu erkennen. Oh, lol! Mit Faltergeist geht's. Aber... Hast du sie gearmt? What the fuck? Das ist Faltergeist? Was hab ich? Hast du sie gearmt? Wie gearmt? Nee, 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 noch nicht. Ach so, wir müssen die anmachen. Ob sie umzusetzen funktioniert. Mit anmachen, okay? Komm. Der Faltergeist ist klasse. Was ist die an? Ja, mach sie an. Okay, jetzt. Wenn es jetzt geht. Soll ich wegschießen? Warte ich mir mal gucken, was passiert, wenn es in eure Fressen schmieren. Nö, dann kann ich sie nicht anwählen. Oh, das ist ruhig. Das ist trash. Kann ich sie tasern? Geht sie viel. Jetzt kann ich ne Marianne kaufen. Lol, komm mal mit. Ich komm mit. So, die schmeiß ich hier hin. Newton-Launcher geht nicht. Nee, okay, aber Poltergeist... Poltergeist geht! Alter! Die Kombo! Mit ner Marianne, oder was? Oh, du musst da richtig genau zählen, wenn du da irgendwas machen willst. Hugo, komm mal her. Den Newton-Launcher, Hugo. So, warte. Cool. Hugo, bleib mal so stehen, wo du bist. Bleib mal weg und ner Marianne. So. Was heißt, wenn ich jetzt so zählen würde? Es ging ihm einfach richtig in die Fresse. Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Newton-Launcher... Da steht da drauf... Victory Roy. Hä? 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 Nicht? Weil ich muss mir mal... Also... Ist irgendwie ne... Neitzverwaffe. Wie geht denn? Muss man den mit rechtsklick aufladen? Ja, oder mit links geteilt? Links klick zur Schwäche. Ja, also eher... Rechtsklick. Rechtsklick gedrückt halten. Nein, rechtsklick gedrückt halten. Rechtsklick. Rechtsklick gedrückt halten, dann linksklick drücken. Nein. Einfach rechtsklick gedrückt halten und dann loslassen. Ja. Oder halt einmal links. Und das geht nur auf Objekten, wo der Zeiger halt grün ist, statt rot. Oh, da schießt jemand. Wißt du, ich hab ne 50% Chance, Traitor zu werden. Aber trotzdem bin ich jetzt zur vierten Runde in Folge. Nein, lass doch. Guck, ob wir was ausprobieren, oder? Ich möchte nur die Katze ausprobieren. Ich komm erst in Newton-Launcher. Ja. Du hast mir deinen Katzenboppels voll in meine Fresse geschossen. Die Katze hat ne Taschenlampe. Ich bin nicht dumm. Auf dem Newton-Launcher steht Fortnite Battle Royale. Hä? Echt? Auf dem Newton-Launcher, ja? Auf dem Newton-Launcher? Sag mal her. Komm mal her. Ah, der Force. Wo goes? Komm mal her. Das siehst du auch am Tee. So, ja. Theoretisch. Ich seh dein Tee nicht. Ich fies mir ins Bein. Ich seh dich ganz weit weg. Zehn Schaden. Ja, ich hab auch in den Fuß geschossen. Nein, 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 nein. Links, links. Hugo, drehe um. Jetzt rechts. Jetzt noch. Ich hab' jetzt einfach ganz viele Granaten. Und jetzt geradeaus. Naja, jetzt nicht in Tee. Hier sind ganz viele Granaten. Geht schnell weg. Alter, das Feuer fliegt rum. Oh, ne. Oh, ne. Das vielleicht rausgeht. Nein, nein, nein. Nicht nur. Oh. Hugo, untersuch mal ne Leiche. Das sind Points. Credit Points. Okay, warte. Jetzt solltest du zwei Points bekommen haben. Ja, ich hab fünf Credits. Jetzt kenn ich mir noch mal den Pogel. Ich kenn mir gar nicht. Warte, bleib mal so stehen. Ich will gucken, was mit dem Victory Royale da steht. Nein. Wo steht da? Oben? Oh, ey. Da sieht man, da sieht man, da steht da ein G und unter dem G steht ein Fortnite Battle Royale. Darf ich mal? Ein G. Ja. Hier. Ähm. Und dann kommt mir mal den Pogel rein. Wo denn? Ja, ich seh's. Ja, da steht noch, ne, da sieht man nicht mal, was er hält. Das sieht man, wenn man sich hält, nur wenn man sich nicht, wenn man sich tätet. Okay. Ich seh's nicht. Echt nicht? Wo, genau? Von der Waffe? The fuck? Das ist vorne drauf. Warte, ich schick euch ein Screenshot, gibt's nochmal. Warte, gib's nochmal. Aber du musst die Pogelgeist weglegen, aber erst muss ich das hier machen. Oh. Ja. Ja. Ich ziegel. Ja. Oh, ich. Oh, Jan. Wir wurden beide zusammen gebumst. Warte? Jans Kopf bewegt sich nur so. Okay. 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 General Chat. Hey, bei mir steht es ja nicht drauf. Du hast ein Skin für die Waffe. Ich habe ein Skin? Bei mir ist es gar gut. Darf ich mal wieder? Gib mir mal wieder Shit. Ich muss nicht sagen, wie es bei mir aussieht. Oder einfach illegale Waffen skin. Leute, die ist bei dir gelb. Guck mal, wie es bei mir aussieht. Komplett anders. Ja, wieso hast du... Ja, genau so sieht es bei mir auch aus. Ja, genau so sieht es bei mir aus. Victorio Real, Mann. Hugo hat sich aber schon illegale Waffen Skins gekauft. Ich hab auch... Leute, ich hab auch... Leute, ich hab auch ein Rightfield. Ich hab voll viele Waffen Skins. Echt? Oh my god, warte, 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 warte. Okay, ich bin gleich tot. Oh. Was ist der Disguiser? Das ist irgendwie eine andere Person. Damit kannst du dich... Mach mal. Nein, nein, der macht... Äh, der macht einfach nur, dass die Radar Punkte... Da sieht man den Namen nicht mehr. Ja, der Name verschwindet und Radar Punkte auf der Karte vom... Äh, auf dem Radar vom Detektiv verschwinden. Ich sag's, wir hatten mal einen Advanced Disguiser. Konnte man so jemand mit dem Schwert schlagen so einen anderen oder dann kriegt man seinen Namen? Hat er seinen Namen? Ja, ja, das würde ich auch mal rein machen. Das nennt sich Doppelgänger. Oh. Ich hab's einmal verwendet und bin dadurch selbst gestorben. Was legst du mal in die Mitte fällt? Guck, und jetzt, wenn ich da reinlaufe, bin ich tot. Warte, warte. Felix, siehst du... Guck mal, was ich machen kann. Ähm, Felix, sahst du da die roten Lichtstrahlen von der Mine? Von der Klemmung? Ja, sah ich. Da ist es ja voll dumm, wenn es als... ...े Lego gesehen wird. H涵